Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heutchener und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefman Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg, gibt es Nachschlag und für diesen müssen wir Blob Gork im Seuchensturz auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir ihn einmal mit drei Gängen verfüttert haben. Und ja, was müssen wir da machen? Wir polen den Boss und dann fangen hier an Sachen zu erscheinen. Und zwar das erste, was wir haben, ist hier links oben beim Boss ein Blob mit einer Hand drin oder keine Ahnung, was da drin ist. Auf jeden Fall müssen wir ihn da einmal hinziehen und ja, sobald er da dran ist, verfuttert er das quasi. Und das machen wir jetzt dreimal. Wir müssen drei so Blobs an ihn verfüttern und dann müssen wir ihn quasi umboxen. Das zweite haben wir jetzt hier vorne beim Eingang, auch links. Das ist so ein Herz oder keine Ahnung, was das darstellen soll. Ihn da auch reinziehen. Ihr müsst das Tank ein bisschen aufpassen. In der Grütze kriegt ihr die ganze Zeit prozentualen Schaden. Und das kann dann eklig werden, wenn ihr zehn Stacks habt, werdet ihr auch gut geslowt bzw. habt einen Haufen weniger Tempo. Deswegen am besten nicht hier am Anfang des Kampfes auf zehn hochstacken. Es gibt noch ein anderes Achievement in der Instanz, wo ihr bei jedem Boss es stacken müsst, aber da reden wir gleich nochmal an anderer Stelle drüber. So und der letzte ist hier ganz oben und da zieht ihr den Boss dann auch nochmal drauf und sobald ihr das gefuttert habt, habt ihr schon mal die Voraussetzungen für das Achievement erfüllt und müsst dann eigentlich nur noch den Boss umklopfen. Das ist dann nichts mehr Besonderes. Einfach noch drauf DPSen und umhauen. Wie gesagt, vielleicht dran denken, wenn ihr das andere Achievement auch gleich mitnehmen wollt, muss jeder Spieler zehn von den Stacks haben, dass ihr dementsprechend das auch noch parallel mitmachen könnt. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.